Das ist Lenya. Lenya, kannst du dich drehen? Du hast so schöne Haare. Dankeschön. Bitteschön. Heute bekommst du Rastasuppe, stimmt's? Ja. Und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Bist du aufgerechnet ein bisschen? Ja, schon. Ja. Okay, dann bis später. So sieht Lenya aus. Mach sie mal schön zusammen. Genau. Ja, genau. Bewege sie mal hin und her ein bisschen. Dann kannst du nach vorne gucken. Und dann alle nach vorne. Und, gefällt es dir? Ja. Mir auch. Hab viel Spaß. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020